Girafakten Giraffen mit Fakten Hey Tommy Was denn Charlie? Wusstest du schon, dass es Leute gibt, die Angst vor der Farbe Weiß haben? Man nennt diese Angst auch Leukophobie Was? Wirklich? Ja Mann, mein Cousin Kevin hat das So, fertig Hey, warum ist der Raum weiß? Der Kunde wollte doch den Raum blau gestrichen haben Ja, keine Ahnung, ich bin farbenblind Äh, und wieso bist du dann Maler geworden? Hm, ich glaube er mag es Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da Und schaut auf meinem Discord-Server vorbei Der Link ist in der Videobeschreibung oder der TikTok-Bio Ich hoffe, wir sehen uns